jo leute und willkommen zu einem neuen video und ja mich in diesem video will ich nur jemanden ein bisschen pushen ich weiß wir haben nicht so viele abonnenten aber vielleicht hilft es ja ein bisschen und zwar habe ich einen editor gefunden oder einfach gefunden und der hat gerade mal 106 abonnenten oder 103 ich weiß gar nicht und der macht echt krasse edits für sehr wenige abonnenten anzahl und der link ist zu ihm in der beschreibung hier seht ihr nochmal eben kleinen edit von ihm und ja schaut bei ihm vorbei abonniert ihn liked seine videos und ja ciao so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.